so wollen wir mal schauen was die so drauf haben wenn sie so weit oben stehen wir sind in der stadt 11 immer noch sehr gut wieder 451 okay ja naja labern sie wahrscheinlich wieder am anfang die kommentatoren dasselbe wie immer das ist so ein bisschen nervig bei dem spiel schon immer bei fifa gewesen die sachen ja irgendwann kannst du das auswendig aber naja was soll's außer wir holen als sieg ein herzliches hallo wie er hallo heute aus newcastle heute sehen wir in newcastle united gegen press north end schauen wir kurz auf die anfangsformation von newcastle united sie spiel ist heute im 451 wenn ich es richtig sehe das ist ja immer dasselbe ein wirklich massives mittelfeld warum spielen denn da draußen ist klar genau von hier muss dann die uhr an der ohr den hat er wohl nicht richtig getroffen den kann man machen eigentlich die gelegenheit scheiße schöne vorarbeit aber der abschluss war gar nichts das war wirklich klasse gemacht eigentlich was er schon die chance wäre voll vorbei aber wie hast du alex hunter in seinem ersten spiel für die neue mannschaft gesehen gar nicht mal schlecht ich glaube zwar dass er noch luft nach oben ist aber für den ersten auftritt war das im ort was macht er denn den zweikampf wird er gut jetzt hat er den ball kommen wollte den ball naja gut gestört haben aber was einmal für dich dann haben wir nämlich noch abgefälscht schade er spielt den pass auf den flügel sie lassen den ball laufen aber noch fehlt die lücke in der abwehr da trennt er ihn fair vom ball klasse der ball spielt er raus der ball kommt gut aber schöne idee haben wir bekommen das ist schon mal ein anfang er könnte hier heute der überragende akteur werden der doppelpack im letzten spiel wird ihm zusätzlich selbst da ist das 1 0 klasse mit seiner brillanten technik das war auch die brechstange oder von ihm erwartet aber egal vor relativ früh 14 minuten sind erst gespielt ach schön wenn sie meinen namen sehen herrlich wieder zurück jetzt wird gefährlich sie suchen das loch in der abwehr das wird vorsicht leute kein gegentor kassieren wir wollen gewinnen mal kino da passt auch schön kommen wollen ja ein hause zweikampf aber alles wer aber wir haben den ball jetzt alexander anita damit der namen ist fürchterlich wie kann man als keiler nie da ist aber gut aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende aktion schade aber bis jetzt läuft es doch klasse hier mein gott machen wir druck hier jetzt haben sie den ball verloren anita haben wir obi oder gewinnt im zweikampf kommen wir durch den ball jetzt müssen sie aufpassen jetzt hat er den ball wieder klasse pass ach schade alle abwehrspiel gut aufgepasst das muss man mal sagen die kugel ist weg so hinten stehen sie kompakt aber kommen sie jetzt vielleicht durch ach Leute ihr müsst mehr spielen genau so sie lassen den ball gut laufen schwer für den gegner das nicht vorbeigekriegt über die anderen aufwägen selber nicht besser sein hier aber na okay ich hab's toll gemacht ja alles gut das könnte der gelegenheit werden komm holt euch den ball gut verteidigt hier schönes ding er passt ihn auf den flügel so den ball spielt er gut oh schade schöne chance Alex Hunter das könnte gefährlich werden los und schieß oh nein scheiße das wäre jetzt das schöne 2-0 geworden auch gespielt aua drei minuten gibt es noch zusätzlich in dieser partie so schön stören da hinten jetzt da wusste ich nicht mehr wohin damit und schießt da hin soll der ball und schießt jawoll schöne torvorlage und da ist das 2-0 klasse gemacht klasse gemacht halbzeit 2-0 2-0 führung so kann es weitergehen jetzt nimmt er den wechsel vor sehr gut eieieieiei bald draußen wird einwurf geben gibt es jetzt die gelegenheit was war denn das mensch leute aufpassen aber was für ein fahrrader super von tor den hat er hallo spielmensch ich sehe bewegung auf der bank es gibt gleich den wechsel wie ist deine meinung zum auftritt von alexander bis hierhin etwas pech hatte er im ersten durchgang fast hätte er schon zweimal getroffen aber da war das aluminium im weg trotzdem ein ständiger unruheherd ein guter auftritt hallo ich bin klasse grad das war die armee lassen den ball laufen aber jetzt bräuchten sie auch mal einen zug zum tor sehr wichtig da verlieren sie der ball da wäre mehr drin gewesen ich wollte schießen aber den ball nicht mehr unter kontrolle bekommen und jetzt die chance schade er läuft ja gerade richtig gut hier gleich wird hier gewechselt die gäste werden einen frischen mann bringen was war denn das schlechter schuss aber ein richtig schlechter schuss das kann er besser das kann er wirklich besser du geben wir noch mal eine chance auf dem tor anita da trennt er ihn fair vom ball ach komm schon jetzt übertreiber aber nett ach ja komm da muss man nicht gleich gelb geben nicht jeder aber geht in ordnung ach quatsch in ordnung hier wird es jetzt gefährlich aha sie bleiben weiter am ball per kopf abgelegt johnson oh beide vorbeigehüpft mit abstoß geht es weiter sehr gut damit kann man leben ah komm bisschen druck machen hier so tt regulär ist noch eine viertelstunde zu spielen sie sind geduldig und warten auf die lücke bei der abwehr wird das nicht leicht sie ziehen heute ein tolles passspiel auf auch dieser ball kommt an sieht gut und technisch sauber aus aber über die schönheit du spielst darfst du den zug zum tor nicht vernachlässchen und hier nach innen komm seitenwechsel ist auch okay Richtung gegner durch das tor ne der ball geht daneben das kann er definitiv besser naja an dem brauchen hätte ich ihn nicht mehr deswegen gleich direkt abgezogen das schießt man nicht aufs tor das war jetzt aber ein schlechter pass neun minuten sind hier noch zu spielen jetzt haben sie den ball verloren eine auswechslung bei den gastgebern steht an im moment kommen sie nicht richtig durch ah ich dachte er läuft dort rein wieder zurückgemacht das ist immer gut anita tolle flanke der abwehrspieler steht hier einfach richtig gutes stellungsspiel naja 2-0 das wird wohl beim 2-0 bleiben aber sieg ist sieg drei punkte sind drei punkte wir haben ein tor gemacht eine wertung von 9,2 bis jetzt gute aktion die armee jetzt könnte gefährlich werden man of the match alexander ich hab's doch genau gehört ahhh wir brauchen noch bessere ballkontrolle es gibt drei minuten obendrauf wurde gerade angezeigt Richie am ball ah ich lasse dann abseits rum sehr gut aufgepasst und da ist der sieg gute defensiv leistung und vorne waren sie zur stelle 2-0 der endstand 2-0 gewonnen das ist okay fragt später eh keiner mehr wie der erfolg zustande kam ja deswegen werden sie so Glückwunsch der schwierigkeitsprofi scheinen dir keine probleme zu behalten vielleicht solltest du einmal mit weltklasse probieren nee nee ich glaub weltklasse wollen wir nicht probieren ich glaub profi ist ganz okay oder ich würd sagen profi die sind wir nicht zu stark aber auch nicht zu schwach also ich glaub das ist okay so so was passiert jetzt hier bin ich mit heutigen Mann im match hier bin ich mit heutigen Mann im match hier bin ich mit heutigen Mann im match wuuh was geht in deinem Kopf jetzt jetzt geht ich fühle mich mega geil an weil ich mega geil bin ne ähm ähm so 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 zucker pass war das äh oh all credit goes to the finish all i did was game the ball feels good to be part of a move like that though and that'll do i think thanks alex anytime any time anywhere ich geb noch ein interview bei dir, baby yeah uuuh gewonnen another win chalked up three more points in the bag i am an happy camper team nailed it out there today ah save the soundbites for the reporters mate i'm off to celebrate who's with me yo party time oder was startelf bonus zack teuer schützenbonus zack ah nochmal 5,3 millionen sind wir jetzt wert so habe ich das gern und wir gehen auf die 100.000 follower zu und dann bauen wir nur nochmal 100.000, hm hm naja gut wir sind dann noch am anfang, ne von unserer karriere oh yeah 67 jetzt sind wir aber schon bei 67 geht auf die 70 zu so kriegt mal ja jetzt mal wieder bei drei skill punkten da müssen wir jetzt aber gleich mal hier zuschlagen zack was können wir denn jetzt machen ähm ne kopfbilder wollen wir nicht ermöglicht die einwürfe ne einwürfe interessieren uns auch nicht krätschen wollen wir nicht zweik ja zweikämpfe ne hakenpäschen und schicker schicker baller was bringt mir denn das nichts besonderes dribbel können ist schon eigentlich nicht schlecht ne komm wir machen mal das dribbel können erhöhen wir mal da äh sonst ist eigentlich nichts dabei wo ich sage das muss man jetzt unbedingt haben ne lassen wir mal so dann sagen wir mal lieber nochmal weiter ja so wie sieht es denn jetzt aus auf der tabelle ich will langsam mal das mal ein bisschen hochrücken hier platz neun 14 punkte der erste hat 21 glaub die ersten zwei steigen auch so wie es aussieht ne ja vier punkte auf dem zweiten ist okay kann noch was draus werden so heutiger trainingsschwerpunktstandards schon wieder ja freistoß grundlagen und fortgeschrittene freistoße oh das wird wieder schwer ja das hat man ja ich letztens gut geschafft ne schauen ob das nochmal so schön klappt so zack da fängt er wieder toll an hier man 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 ja genau so wollten das doch haben oh der war zu toll oder wir sind doch hier nicht beim latten schießen mensch oh der war zu kurz oder oh der kommt hätte ich nicht gedacht und komm ab im winkel oh schönes ding der wäre unhaltbar gewesen ja wir haben es schon wir sind schon durch eigentlich aber wir machen halt mal weiter kann ja nie schaden so oh der war auch sehr schön und zack und oh ja der war auch schön so und oh ja also wenn ich so mal im spiel einfach wandelge feiere ich mich selber richtig hart oh herrlich so jetzt kommt aber erst der richtig schwierige Teil fortgeschrittene freistöße oh mit tormann und allem ei 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 das wird schwer das wird schwer ja herrlich was mit zwei mauern oh wäre das tor gekommen hätte ich ihn getroffen oh oh schade jawoll ach hier geht es nach versuchen ok komm wir versuchen mal den da oben rein zu holen in der tormann-egge naja den hat er locker ja der kommt äh wie macht man den flache das weiß ich gerade gar nicht deswegen schießen wir einfach mal da hin ja den hat er war klar ähm der kommt ja fehlt aber noch ein kleines bisschen für exzellent was wir natürlich haben möchten der kommt an die latte der zählt wohl nicht mehr noch zwei versuche der kommt der kommt jawoll exzellent auch geschafft bei fortgeschrittenen freistößen nicht schlecht der kommt wie macht man denn flache schüsse gleich nochmal so nicht ok egal zweimal exzellent das heißt wir gegen schön Punkte und werden immer stärker das gefällt mir das gefällt mir sehr gut so zeig mal her hier wie wir uns verbessern ja nicht schlecht so habe ich mir das vorgestellt tja die von layster city werden sich noch ärgern dass sie mich nicht da behalten haben ne spaß ist doch okay so wir müssen damit klar kommen und wir haben Erfolg und das macht uns spaß und wir haben über 90.000 Follower jetzt soo ist das schön so jetzt gegen burton 22 gegen neunte da ist wieder ein dreier drin komm jungs da ist was drin in dem ding dann können wir uns vielleicht irgendwann auch mal eine ordentliche äh kabine leisten sieht ja aus ey so alex hunter mit der 29 will heute natürlich auch wieder ein Tor schießen ja so ja so das ist so